Ich gehe da mit Abkasten. Ich bin tatsächlich ein bisschen faul. Und ja, mein Sprengkreis ist Null. Ich kann nach oben runden zählen, aber ansonsten nix. Perfekt, du wirst die Luft haben, ja. Und gegen Haulwürfe. Ja gut, okay, ich hab noch andere Plätze ab. Ich hab die Makarov. Mach sie fertig. Ich kann uns noch heute mit der Makarov ab. Ich hab mir aufgefallen. Ich kann über die linke Schulter des Freifahrers schießen. Oder auch die Winzer an der Schulter. Doch bitte nicht. Ich kann gegen den Außenspiegel schießen. Ich kann machen, dass wir alle sterben. Ich kann es dann nicht sagen, dass ich in deiner Akarov auf der Hälfte zu grüßen. Stopp. Ich bin jetzt ungefähr da, wo dein Magazin ist. Ich hab's genau gehört, ich kann es nicht. Sonny. Mann, Sonny. Oh, der Bus. Was? Oh, der Fahrer war. Gut. Bist du noch auf dem Escape auf Cernus gekommen, wo die Bus gefunden sind? Ne. Das war großartig. Das funktioniert halt. Ja. Das war einer mit Rekemen wieder. Moment. Gibt er schon? Alter. Ja. Ja. Schon zu weit? Schon zu weit? Ja. 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 Wollen wir zu Fuß hier weitermachen? Ja. Ja. Viele raus, viele raus! Die Mauer! Schützt uns raus! Ja, ich glaub dem Fahrer geht's auch schlecht, oder? Nö, der fährt noch schlecht! Immer in einer! Ja, jetzt finde ich es gerade noch krasser, dass wir gerade alle zusammen in einem UAZ gefahren sind. Und knapp von dem SPG getroffen wurden. Aha. Feuer von den anderen Hütten. Links, Nord-West. Ja, bei den Ruinen da. Hm, ich glaube, ich brauche nicht mehr von meiner Monete. Bist du kurz? Komm, ja. Hast du gemerkt. Ich fang hier jetzt aus der anderen Richtung. Ich glaube, ich hätte da alle gewöhnen sollen. Aber der war besser. Ja. Aber der ist reingeraten, ich weiß nicht. Geh da mal hin. Oh, das ist ein bisschen kurz. Hinten an! Weg! Danke! Also hier drin ist jetzt keiner mehr? Was ist denn noch ein Toter? Unknowen Kontakt! 700 Meter! West! Jo, sieht doch gut aus. Er hat eine RPG-Dings dabei. RPG-18. We've got an enemy! Kong! 400 Meter! East! We've got an enemy! Hoffen wir mal, dass jetzt nicht wieder so ein Technical unterwegs ist. Habt ihr den Fahrer schon? Ja, ich glaube schon. Der sitzt da, glaube ich, noch drin. Der Fahrer lebt noch. Mondkalb, du hast da noch drauf genug. Ah, okay. Ja, ich hab getauscht, weil ich ... ... ohne Probleme hatte. Nur ein Magazin. Im kleinen blauen ist ... Oh, was ist das dahinter? Da stehen LKWs. Warum parken da hinten die LKWs in der Wüste? Äh, Lenkzeiten einhalten. Mutig. Ah, ja. Ich hab bei mir im Rucksack eine RPG-7-Rakete. Dafür die Launcher weggelegt und ... ... RPG-18 eingepackt. Auf 70 Grad. Weiß nicht. Sechs, siebenhundert Meter. Aber da oben auf dem Hügel. Da sind ... ... äh, stehenden Soldaten mit Werfern. Da kann man im SPG was machen, ne? Groß. Groß nochmal. So 60, 70 Grad. Die gehen da oben an einem Hang lang. Okay. Ja. Das klingt nach SPG. Grobe Richtung bitte. 60, 70. Ost, Nord, Ost. Ein RPG-7 ist dabei. Wir haben irgendwas bemerkt, sind aufgeschreckt. Von links kommt einer, der hat aber einen anderen Werfer, glaube ich. Der hat sich jetzt hingelegt. Ich hab da zu viel Grün. 600 Meter, warte, ich fahr dich ein Stück. Also wirklich am Horizont. Du siehst da oben die ... die Mauer. So sollte es es sein können. Das könnte ... Ah ja. Das könnte ein Meter sein. Beispielsweise habt ihr den RPG-7 VL in den Rucksack getan. Okay, danke. Das sind 600 Meter. Das sind mehr Leute. Ich sehe gerade vier. Der ganz rechts ist ... Also der, der an der Mauerecke steht. Habt ihr eigentlich schon gefunden, wo der EVEC ist? Also nach meiner Seite ... Wurde doch schon gerufen. Wurde doch schon. Nein. Ich hab noch nicht mal ne Karte. Archangel ist unterwegs. Ach, ich hab kein Funkgerät. Okay, dann mach ich das. Das klingt auch so als ... Ja, schon ein bisschen. Ja, ich sehe sie. Muss ich Kontakt zu dir. Irgendwer ist sauer. Join Apache. Car, 400 Meter East. Nein. Alter, der Apache hat gerade Spaß. Warum hat jeder den Apache viel gerade Spaß? Was? Schießt da was auf uns? Nein. Ich hab zu viele ... Granaten. Ist das hinteren ganz schön? Hm, das sieht fast so aus, ja? Ja. Boah, ich glaub ich muss mal dafür sorgen, dass der ARA aus ... Ich weiß nicht, welcher ... 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 in dem Riesenort, trotz aller Zeit, den Kratischen, der auch nicht einkommen wird. Ja, toll. Punch Angel ist abgelöst. So, jetzt ohne Attaching. Ja, aber es ist doch gut, wenn sie ihre Luftabwehr erstmal auf ihn verschwecken. Ich hab den noch nicht geblieben. Let's try. Ich hab's gerade ausgeschrieben. First try. Let's try Ah ja, sehr nett Wir haben Zagabat geschafft Zum zweiten Mal Ich glaube meine Fixes waren gar nicht so schlecht Mikrofon muted